Hi Clasher, da bin ich wieder mit einem Kriegsrückblick von unserem letzten Krieg gegen Lame Noir. Soviel zu meinem Französisch. Erfreulich für uns. Er ist gut ausgegangen. Im Endeffekt hatten wir dann auch noch relativ wenig Gegenwehr. Ihr seht, wir haben alle Angriffe gemacht. Die haben sich elf Stück gespart und wenn man so in den Klang guckt, sind dann auch schon etliche Leute raus. Ist für mich immer ein bisschen unverständlich, weil man gewinnt als Team, man verliert als Team und das macht mich umso dankbarer, dass wir so viele treue Leute da haben und wir keine große Fluktuation haben, sondern dass alle dableiben. Was ich erwähnenswert auf jeden Fall finde in diesem Krieg ist, wir hatten vier Rathaus Zehner. Unser Gegner hatte ein Elfer dabei und es ist natürlich ein Vorteil, aber unsere Zehner haben wieder einen sehr soliden Job gemacht. Gleich beim ersten Angriff alle anderen Zehner gezweiht. Und Piet ist dann so mutig gewesen und hat sich die Eins vorgenommen und den werde ich euch jetzt erst mal zeigen. Ist natürlich extrem gut gelaufen. Dieses Dorf ist natürlich dafür ausgelegt, dass die Truppen rumrennen. Er macht die Mitte auf mit Erdbebenzauber. Er hat jede Menge Walküren dabei. Erstmal ein Volltesla in der Ecke. Die Mauer hat er trotzdem aufgekriegt, auch wenn die Mauerbrecher beschossen wurden. So Tesla weg und jetzt geht es rein. Die Golems laufen rein, die Magier machen ein bisschen Platz. Vielleicht ein kleines bisschen zu sehr auf einem Fleck gesetzt. Man sieht, der King rennt rum. Die erste Walküre gesetzt, rennt rum, aber jetzt hat er geduldig mit den anderen Walküren gewartet, bis sie in die Mitte gehen. So, die Adler-Artillerie schießt auf die Golems. So, die Clamburg kommt. Die Walküren sind einfach schneller und laufen natürlich jetzt eine Runde. So, die Queen, die bleibt noch schön auf der Stelle stehen und kümmert sich um den Lava-Hund, der aus der Clamburg gekommen ist. Das ist das Schöne. Jetzt guckt rechts und links die Walküren. Die haben alles komplett weggeräumt. Die Queen ist noch gut voll und der nächste Weg für die Queen ist natürlich zum Rathaus, was extrem passend ist, weil die anderen Walküren und der King lenken die Adler-Artillerie noch ab. Er kann die Queen auch noch zünden, er kann den King auch noch zünden. Um 50% hat er schon ganz locker drin. Und die Queen macht ganz in Ruhe weiter am Rathaus. Ihr seht, der Luhn und ein paar Lava-Pups fliegen noch hinter den Walküren her. Aber das Rathaus ist gefallen und hier können wir das Ganze mal beschleunigen. Sehr geil und sehr wichtig, wenn ihr die Rathaus 10er habt und 11er gegen euch, wenn ihr die dann 2 haben könnt und deren 11er dann dementsprechend nicht unbedingt 3 bei 2 10er bei euch hinkriegt, sieht das schon gut aus. So, des Weiteren. Mal schauen. Unser Wiss hat beim ersten auch 2 geholt, auch ein Rathaus 10er. Und hat dann gefragt, wen er als nächstes machen soll und wir hatten nach der ersten Welle nur noch 2 9er, die nicht gedreiert waren. Das waren einmal die 9 und einmal die 7. Wir haben ihm im Prinzip frei Wahl gelassen. Er hätte es auch auf dem 10er nochmal versuchen können, weil wir nicht mit großer Gegenwehr gerechnet haben. Aber Hut ab, er ist sich für nichts zu schade und hat dementsprechend mal eben die 7 weggehauen. Ihr seht, einer der besseren 9er von denen noch nicht ganz so stark ausgebaut. Also da hatten wir einen ganz klaren Vorteil, weil unsere Rathaus 9er schlicht und ergreifend stärker waren. Sowohl von der DEV, von den Mauren, von den Helden. Da waren die eigentlich, ich sag mal, recht chancenlos. Trotzdem 11er war es doch ein kleines Mismatch für die. Nichtsdestotrotz war das ein super Krieg. Das hat Spaß gemacht. Das war eine gute Arbeit. Jeder hat wieder alles gegeben. Wir machen das ganze mal auf doppelter Geschwindigkeit, weil ich wollte euch ja noch ein paar mehr zeigen. Ihr seht reichlich Walküren. Schön in der Mitte, schön unter Wut, machen alles platt. Die Mauern halten die nicht lange auf, wenn sie nicht so groß ausgebaut sind. Und die höchste Mauer, die hat das Level 8. Da fehlt noch ein bisschen was. Ihr seht, er hat die Queen noch nicht mal gesetzt. Jetzt hat er die Queen erst gesetzt. Ziemlich zum Schluss. Und hat noch eine ganze Menge Walküren über. Der Golem ist noch da. War natürlich ein Overkill, kann man nicht anders sagen. Aber so soll es auch sein, wenn 10er 9er angreift. So muss es laufen. So, dann wollen wir einmal schauen. Das war auch ein Fresh Hit 3 Sterne. Den zeigen wir euch auch einmal. Entschuldigung. So, Govival. Was ich immer besonders gut finde bei Max Angriffen, er lässt sich grundsätzlich reichlich Magier in der Hinterhand, die er dann hinterher da setzt, wo die letzten Dev Einheiten, die meist noch über sind, abgelenkt sind von den Golems. Er hat 3 Stück mit. Ein Max Golem in der Klarenburg. Dafür, ich sag mal, relativ wenig Walküren. 8 Stück. Meistens nehmen wir nur mehr mit. Aber das klappt eigentlich recht gut. Was auch sehr gut ist bei dem Angriff jetzt. Der Drache kommt raus. Jetzt setzt er erst die Walküren. Der Drache ist abgelenkt. Der Golem steht neben ihm. Und daneben sind Magier und die Queen ist auch in der Nähe. Heißt also, die Walküren, die er da hat, die haben ziemlich freie Bahn. Trotzdem er kein Gift mit hat und das mit Beben aufgemacht hat, war der Drache ratzfatz kaputt, ohne dass die Walküren Schaden genommen haben. Und das ist immer wichtig. Wenn man die Walküren vorsetzt, die sind saumäßig schnell, rennen an den Golems vorbei. Und wenn dann erst die Klarenburg-Truppen rauskommen, dann sind die meisten Walküren Muus. Und es ist meistens dann nicht mehr zu schaffen. Wie ihr seht, unten der Burgi-Turm abgelenkt. Er hat da Magier gesetzt und hat immer noch 2 Stück über. Die Golems sind blöderweise natürlich alle zusammen. Einer haut jetzt wieder ab. Aber er hat immer noch welche von seinen Walküren über. Und auch wenn ein ganz großer Teil des Dorfes noch steht, reicht das im Prinzip locker. Beschleunigen wir auch ein kleines bisschen. Und auch bei dem seht ihr wieder, die Dev ist mehr auf Max Rathaus 8. Und die Helden waren auch sehr schwach. Klarer Vorteil für uns. Die letzte Kanone kann nicht mehr viel ausrichten. Kann seine Queen immer noch zünden. Und das wars. Sehr schön, hat super geklappt. Bei den Rathaus 8ern, ich habe in meinem kleinen Account direkt ein bisschen gewartet. Und da war auch gleich nichts mehr über. Muss man sagen. Lida hat sofort 3 geholt. Angie mit ihrem kleinen hat sofort 3 geholt. Johnny hat 3 geholt. Sehr schön. Izzy hat gleich die 11 und die 12 platt gemacht. Dann zeige ich euch auch noch mal einen von. So, ihr seht, die 8er relativ gut aufgestellt. Ne, also kein schwacher Gegner in jedem Fall. So, er lockt die Klamburg. Ist ein Drache drin. War bei denen meistens. Ist vielleicht im Moment nicht die beste Wahl. Aber, wie gesagt. Ich habe es schon mal gesagt. Und es kommt auch nochmal. Klamburg Truppen. Quatschen wir nochmal drüber. Was kann man am besten drin haben. Was sollte man drin haben. Was sollte man nicht drin haben. Also, jetzt giftet er. Setzt schön die Magie in den Rücken. Das übliche. Ohne, dass der Golem geplatzt wäre. Ist der Drache down. Und die paar Bogies. Ich weiß nicht, ob er den King da aus Versehen gezündet hat. Weil das sollte eigentlich nicht so früh sein. Weil er hat auch keinen Schaden genommen. Ich denke, er ist da versehentlich drauf gekommen. Passiert uns allen. Ich hatte eben einen Farmenangriff. Da habe ich aus Versehen den King anstatt die Queen aktiviert. Andersrum die Queen anstatt den King aktiviert. Shit happens. Würde ich mal dazu sagen. Ihr seht die Valkyren. Die hat er ordentlich durchgeheilt in der Mitte. Die räumen da schön auf. Also, da hat er auf jeden Fall noch eine ganze Ecke über. Unten tanken die Golems. Da sind noch Magier im Rücken. Er hat sich auch noch wieder 5 Magier aufgehoben. Was eine ganz schöne Masse ist bei einem Rathaus 8er. Aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Jetzt setzt er bei den Valkyren noch 2 Magier. Die können dann erstmal die Kanone noch bearbeiten. Blöderweise sind hier oben noch 2 Kanonen stehen geblieben. Aber er hat, so wie es gelaufen ist, einfach viel zu viel über, als dass die ihn noch aufhalten können. Immer noch einen riesen Arsch voll Valkyren da rumrennen. Und selbst die Doppelbombe, die der jetzt hochgegangen ist, hat ihn nicht so viele Truppen gekostet. So, der letzte Bogitturm ist von dem Magier draufgegangen. So, jetzt gehen die Golems rüber. Und das ist eben das Wichtige. Die Golems watscheln jetzt ganz lahmarschig rum. Sind aber als erstes bei den Kanonen. Ihr seht die Reichweite. Und werden jetzt beschossen. Heißt, die tanken jetzt wieder komplett für die restlichen Valkyren und für die restlichen Magier weg. Und somit ist der Drops gelutscht. Ihr seht die Valkyren. Wie schnell die da durch die Mauer hauen. Auch ohne Wut. Und das war's. Also alles in allem echt für uns als Pfandclan und kein Kriegsklan ein super gelungener Krieg. Alle 8er gedreiert. Alle 9er gedreiert. Alle 10er. Solide gezweiert. Unsere Nummer 1 hat den 11er. Wirklich gut gezweiert. Haben uns riesig gefreut. War ein toller Krieg. Und ich hoffe, dass es so weiter geht. Und dass ich euch noch ein paar neue Angriffe zeige. In der nächsten Folge zeige ich euch bei den Dev-Tipps mal den Angriff auf mein Dorf. Und wofür man kleine Bomben gebrauchen kann. Und bis dahin sage ich dann mal Ciao, Ciao.